Hallo, 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 meine Liebe, schlaf mit ihr. Heute bin ich zurück mit einem anderen deutschen Video, heute werde ich um dich kümmern und mich auf die ganze Zeit, die ich mit dir bin, auf dich konzentrieren. Ich möchte, dass du dich besser fühlst und dich ein wenig, ein bisschen entspannst, denn du hast es verdient. Du hast es verdient. Du hast es verdient. Also, zuerst, beurte ich dir das Gesicht. Ich hoffe, ich hoffe, es tut dir gut, es tut dir gut. Das Gesicht. In Ordnung, lass uns anfangen. Okay. Okay. So, jetzt geht's. Okay. So, jetzt. Bist du dich dir gut. Hier ist es. Ich kann Ihnen diepable ausprobieren. Das kannst du dich mal nachdenken. Und dann kannst du dich auch mal nachvollziehen. Das ist das funktioniert. Dann kannst du dich mit einem Knieg. Ich möchte, dass du weisst, dass du stark bist, stärker als du denkst. Du bist sehr, sehr stark. Du bist sehr, sehr stark, stärker als du denkst. Du kannst mit allem umgehen, mit jeder Situation. Mit jeder Situation umgehen. Du kannst deine schlechten Tage haben. Aber denke immer daran, dass das Leben weitergeht und bessere Tage vor dir liegen. Ich habe auch schlechte Tage. An denen ich mich wirklich schlecht fühle. Aber ich versuche immer an die Tage zu denken. An denen ich mich sehr, sehr glücklich gefühlt habe. Und das hilft, das hilft, das hilft, an die Tage zu denken. An denen ich mich sehr, sehr glücklich gefühlt habe. Und das hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich zünde eine Kerze an. Und das hilft, es heilt die göttliche Kraft. Das hilft, es heilt die göttliche Kraft. Und das hilft, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Kannst du auch die Wärme spüren? Kannst du auch die Wärme spüren? Und die Vanille riechen? Kannst du die Vanille riechen? Die Vanille riechen? Ich liebe Vanille. Kannst du auch die Wärme spüren? Kannst du die Wärme spüren? Kannst du auch die Wärme spüren? Kannst du auch die Wärme spüren? Kannst du auch die Wärme spüren? Kannst du dich nur auf meine Hand konzentrierst, auf meine Hand konzentrierst und meinem Finger folgst. Okay. Also auf meine Hand konzentrierst und meinem Finger folgst. Auf meine Hand konzentrierst. Meine Hand. Meine Hand. Meine Hand. Meine Hand. Meine Hand. Mal hierhin. Mal dorthin. Mal hierhin. Mal hierhin. Mal dorthin. Hoch, und runter, hoch, und runter, hoch, mal hierhin, mal dorthin, und runter, mal hierhin, hoch, mal dorthin, runter. Auf diesen Weg, und auf die andere, auf diesen Weg, dann auf die andere, in Ordnung. Ich lege jetzt meine Hande, meine, meine Hande, über deine Augen, über deine Augen, und schaue auf meinen Finger, schaue auf meinen Finger. In Ordnung, nächste, schaue auf meinen Finger. Okay, schaue auf meinen Finger. Nächste. Nächste. Okay, concentrate erst dich auf mich. Ja, ja, auf mich, concentreer dich auf mich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die erste ist Kokosnuss. Die zweite ist Schlafmütze. Meine liebe Schlafmütze. Schlafmütze. Meine liebe Schlafmütze. Meine liebe Schlafmütze. Die dritte ist Glücklich. 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 Du bist glücklich. Du bist glücklich. Ich bin glücklich. Du bist glücklich. 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 Jetzt möchte ich, dass du deine Augen schließt und langsam einschläfst. Und langsam einschläfst. Dass du langsam einschläfst. Gute Nacht, meine liebe Schlafmütze. 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 Schlafmütze.